Wir können mit Soldaten sichern, aber da brauchen wir natürlich mehr. Das hier wird garantiert überrannt, wenn es dann zu einem richtigen Angriff kommt später. Wir haben Nahrungsprobleme, von daher sollten wir das auf jeden Fall machen. Ja, Nahrungsprobleme, eindeutig. Hm. Achso, wenn es schon angefangen ist, kostet es natürlich auch mehr Güter. Ja, das habe ich nicht bedacht. Wisst ihr, was gestern Abend wieder sehr schön war? Abends um 8 fängt hier jemand an, Steine zu schneiden. Keine Ahnung warum. Ich habe einige solche komischen, sagen wir mal, Arbeitszeiten. Es ist vollkommen, solche komischen Arbeitszeiten. Also ist klar, es sind keine richtigen Arbeitszeiten, aber sie meinen halt zu gewissen Uhrzeiten bestimmte Sachen machen zu müssen. Jetzt gerade auch, aber jetzt ist es okay. Um die Uhrzeit. Geh mal ein Stück zurück. Damit die andere zuerst getötet wird, falls was ist. Wo kriege ich hier noch gute Nahrung her? Also gut ist relativ, ich weiß. 26. Da wird man noch was herkriegen. Also es hat kein gutes Gebiet dafür. Ah, dachte ich mir schon, dass der Haufenweiser stärker dabei sein werden. Ja. Okay, hier sollte ich auf jeden Fall was tun. Äh, ich glaube ich gehe noch nicht vor. Oder vielleicht doch. Ich weiß nicht. Genau zwischen die Augen. Ganz schön viel Ärger hier, oder? Nur für eine Farm. Lohnt sich das? Ah, nur für sich schon, denn Hunger tut echt weh. Hunger ist sehr unangenehm. Wer mir lange erleiden muss, ich spreche aus Erfahrung. Es kann wirklich richtig weh tun. Das ist nicht so ein dahingesagter Spruch. Hunger tut weh. Hunger tut wirklich weh. Kann richtig weh tun, sagen wir es mal so. Nicht gesagt, dass es wirklich so ist, aber es kann wirklich schmerzhaft werden. Okay, wir nähern uns jetzt auch wieder langsam dem Tag, an dem wir mehr auffassen müssen. Oh, die Farm ist fertig. Wie schön. Ich wollte aber eigentlich da gucken. Ach ja, Energie. Okay, bloß noch die Energie. Die haben wir gleich. Und dann haben wir auch hoffentlich... Das Gebäude ist fertig. Müssen wir so bauen, anders geht's nicht. Dann haben wir auf jeden Fall wieder genug Essen. Und dann haben wir auf jeden Fall wieder Geldprobleme. So wie immer anfangs. Irgendwann kommt man dann an den Punkt, wo man zu viel hat. Hatte ich ja im ersten Spiel, was ihr nicht gesehen habt. Da wusste ich dann wirklich teilweise nicht mal wohin damit. Ich schießt mal auf die Stärksten wieder. Ach, you read my mind, sagt er. You read my mind. Ist mir lieber, dass der die wegballert. Boom. Das können wir eigentlich auch wieder anmachen, wenn wir genug Arbeiter haben. Auf jeden Fall haben wir jetzt genug zu essen. Und wir müssen uns keine Sorgen mehr machen, dass wir Rohstoffe verschwenden, weil an und für sie werden sie nicht verschwendet. Als nächstes muss ich jetzt eh für den nächsten Angriff Grundumverteidigung anfangen, damit ich überall ein bisschen Schutz hab. Das hier sollte eigentlich so weit halten. Ich will nicht immer noch, ob ich das Ding überhalten oder reparieren soll. Ich würde gerne wissen, wie es hier im Umkreis ist, aber wahrscheinlich muss ich es abreißen. Hier dann eine Balliste hin. Hier brauchen wir auf jeden Fall noch eine Balliste. Hier brauchen wir eine Balliste. Zwei, drei, vier Ballisten werden wir brauchen. Jep, das wollte ich. So, hier war ich als nächstes. Wir wissen, am Tag 20 geht ja wieder die Post ab. So, hier war ich als nächstes. Ähm, danke. Danke, du Arsch. Ich hatte eh zu viel Geld, wisst ihr? Habe ich mir gedacht, oh, warum lässt man nicht mehr was infizieren? Kommt immer gut. Ich guck mal kurz, ob hier irgendwas ist. Sieht nicht so aus. So, die Balliste steht. Hier kommt die nächste hin. Da sind ein paar stärkere dabei. Ah, jetzt lockt es auf jeden Fall an. Ich weiß, dass in der letzten Karte ich echt aufpassen muss mit den Scharfschützen, weil die sind halt sehr geräuschempfindlich in der Karte und ja. Hier scheint es echt viel Stein zu geben. Nur so eine persönliche Einschätzung von mir. Ich muss auch langsam mal wieder hier an Häuser denken. Wir haben ja eigentlich alles. Also genug Gold. Ich habe ja noch ein paar Tage Zeit. Ach, natürlich, das da hinten. Das ist mir zu gefährlich. Ich hoffe mal, dass jetzt noch ein bisschen was rauskommt. Und das Ding steht. Kontinuierst ihr hierher? Hier fühle ich mich erst mal sicher. Das hier ist auch so ein richtiger Todesfall eigentlich. Schließt ihr auf einen? Nö, er tut bloß so. Typisch. Hier, falls sie vorbeirennen wollen. Ach, Mist, hier ist es. Ah, doch nicht. Was ist verbunden? Das heißt, ich kann das dann später relativ billiger verteidigen. Ich werde übrigens jetzt mehrere Aufnahmen machen. Habe ich glaube schon erwähnt. Einfach nur, weil sich das dann für mich besser rendern lässt und ich nicht wieder möchte, dass wieder irgendwas schiefläuft, weil dann kann ich was machen wenigstens. Das ist einfach nur eine Sicherheitsvorkehrung. Hier noch eins. Ach ja, die oben fehlt da noch. Ich guck mal lieber. Wenn ich das dann hab, dann kann der nächste Angriff von mir aus kommen. Westen. Okay, hier hab ich natürlich noch keine Verteidigung. Wenn sie von mir kommen, das kann ich natürlich schwer abschätzen. Könnten aber auch hier unten kommen. Da muss ich wirklich schauen. Die könnten sich aber auch schön teilen und hier und unten kommen. Das ist wirklich schwer. Hier geht man schon zurück. Die werden nämlich relativ schnell da sein. Oh, das ist schwer abzuschätzen. Ich stell sie mal hier hin, wenn sie mich hier durchkommen, was sehr wahrscheinlich ist. Dann brauch ich sie lieber hier. Das ist besser gut. Was willst du, um Hilfe zu helfen? Ehrlich gesagt... Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn? Was willst du, um Hilfe zu helfen? Ja. Ich wollte gerade sagen, ist die doof. Aber das haben wir ja schon festgestellt. Es ist wahrscheinlich, dass ihr auf einer von denen Verteidigungen hier trifft. Hm? Ah, okay. Schön, dass du auf das da schießt. Okay, hier unten halte ich für unwahrscheinlich, dass sie da lang kommen. Ich werde aber höchstwahrscheinlich ablenken müssen. Oh, das dachte ich mir schon. Lässt dich schlecht verteidigen? Mein Räuber ist bereit. Unsere Soldaten sind in Träumen. Unsere Gefängnisse sind in der Hand. Ich würde gerne mit... Ich würde gerne mit... ...zu dem anderen Ding da gehen. Kommt mal mit. Das hier wird schon irgendwie halten. Hoffe ich doch. Okay, das hält. Hier unten wäre auch wirklich möglich gewesen. So, jetzt kommen überall die Störwellen mit. Vorbeilaufen dürfte hier eigentlich keiner. So, das hier ist auch geschützt. Ach, hier war ich noch nicht fertig, richtig. Du schießt mal lieber mal auf den stärksten. Okay, geschützt sind wir rundherum. Das ist gut. Wir können eigentlich hier hinten weiter bauen. Ach, das wollte ich offen lassen, richtig. Das heißt, ich muss hier ein bisschen Platz lassen. Das ist auch schon Tag 20. Wie steht's um die Zeit? Ich hab noch ein klein bisschen. Da müssen wir langsam anfangen, unseren Räumtrupp zu fertigzustellen. Ich muss sagen, die Karte hat wirklich ihre Eigenschaft. Schwierigkeit. Einfach nur, weil man hier wirklich gar nichts so richtig hat. Das sieht immer so schlimm aus am Anfang, weil man ewig, weil man ewig lang braucht, bis man weiterkommt. Aber, wenn's dann einmal läuft, das System, dann läuft's. Ich würde sagen, wir machen als nächstes mit Essen weiter. Jetzt lassen wir mal hier. Das ist zwar ein bisschen gefährlich. Deshalb gehst du auch mal dahin. Da hin. Und bleib mal da. Mehr Soldaten. Jetzt müssen wir auch langsam anfangen, das Ding hier zu bauen. Den Steinwitz. Der passt ja auch wunderbar her. Äh, geht's jetzt los über den Störerangriffen. Oh, mehr Ordnungen. Was auch immer du sagst. So lange, wie du es schaust. Beobachtung. 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 Du. Gut. Eine neue Tasche. Was? Sind es noch andere Umstände, die zu beurteilen? Oh, sie sind zwar echt gut, aber... ...sind halt doch nur Jäger. Ich hab gedacht, da kommt noch einer. Okay. Steinmetz. Weißt du was? Wir stänkern hier. Der holt dann die am nächsten Sinn raus. Ordner, Sir. Kann ich mir noch mehr Hütten leisten? Ja, ich warte aber trotzdem ein bisschen Steinmetz bauen kann. Einen noch. Jetzt geht's hier richtig ab. Geht's. Geht's. Allein. Geht's. Im anderen Sinn hat das nämlich nicht. Ja, das lassen wir mal. Wir loggen uns mal alle hier rüber. So, der Steinmetz braucht mehr Gold. Dann haben wir gleich. Na, gucken wir mal, der ist auch im Warenhaus. Weiß mal nicht, wo ich das hinbauen. Wo kann ich das hinbauen? Wo bringt's was? Hier vielleicht später. Aber erst später, jetzt noch nicht. Das war eine frische, glaube ich, oder eine Kolonistin eher. Und die Energie ist schon wieder leer. Das ewige Trauerspiel mit der Energie. Ist halt schon sehr ärgerlich. Komm. Geld? Ich muss etwas töten. Oh, mehr Ordens. Achtung, ob sie einfach sind stark und widerstandsfähig und sehr widerstandsfähig sind Ja, erzähl mir, was zu töten. Du redest meine Meinung. Ach, keine Arbeiter mehr, richtig. Die braucht man ja auch in den Gebäuden. Ach, kein Holz. Ich habe übrigens mal die Gras-Animation rausgemacht. Die Getreide-Animation ist noch gleich, aber die Gras-Animation. Ich habe sie mir jetzt mal angeschaut, indem ich ganz rangezogen bin. Die war furchtbar. Also wirklich furchtbar. Es wird ein schöner Stückelbau, aber die Funktionalität ist ja entscheidend. Die auch nicht perfekt ist, aber egal. Lasst mich. Ich glaube nicht, dass sie mir groß ausbringt. Es sei denn, es kommt Angriff vom Osten, dann könnte ich ihn reparieren. Ich muss hier auf jeden Fall vorgehen. Und gegen wen, Wichtelein? So. Jetzt hätte ich gerne so langsam Einkommen von 500, dass ich mir permanent... Ach, Nahrung. Und Holz. Da kann ich eh nicht hinbauen, von daher ist es okay. Aufmerksamkeit. Begründung complete. Aufmerksamkeit. Begründung complete. Mein Rätsel ist bereit. Hier ist das Problem, das lockt nicht genug an. Das heißt, ich muss sehr viel nachlaufen. Das Eisen sollte ich mir auf jeden Fall noch aufheben. So, jetzt muss ich mir noch mehr Häuser leisten können. Dann hier die Bank hin. Und hier kann ich dann vielleicht später das Gasthaus hinbauen. So, jetzt haben wir schon fast 500 Eingang. Das ist gut. Was? Ja, eine neue Tatsache. Beziehungsweise würde ich gerne mal sehen, wie groß ist dieses Steinvorkommen hier. Ich mag's, wenn die Ballistin mehrere rumhaut. Was, der oben lässt sich aber, glaube ich, echt gut. Ach, das ist alles hier am Kartenrand schon. Das ist auch nicht so weit vom Kartenrand entfernt. Oh, hier kann ich aber echt beschissen bauen. Oh, drei mit einmal. Ja, so macht Töten Spaß. Was hab ich losgetreten? Ich bin total am Arsch. Ähm, joa, Steinmetz. Was könntest du denn für mich bauen? Ich glaube, ich mach jetzt mal was. Wenn die abgewertet ist, baue ich ne Balliste. Ne, ne, gehst du mit hoch. Ja, da würde ich... So trainiert man bestimmt auch echt gut. Ich sollte so trainieren und nicht so, wie ich trainiere. Dann schaffe ich beim Lauf bestimmt auch mehr. Herr Wichtlein, wir haben sich ja eine so gute Zeit erzielt. Ich hab mit Zombies geübt. Ich bin so leid. Die letzte Nacht war die Sniperi bereit. Die Units sind unter Attack. Was willst du, Al? Wir gehen jetzt aber ganz schön ab. Sie versuchen, mich in den Städten zu brechen. Oh, du bist ein Orang. Ich bin sicher. Unsere Soldaten sind in Probleme. Was? Warte. Aber ich gehe dann hier hinter. Okay, das sollte eigentlich... Ihr fangt jetzt an, hier weiter zu säubern. Denn ich brauche... Ich brauche das Gebiet hier hinten einfach. Okay, die Stunde ist um. Aber ich lasse euch jetzt nicht direkt vor einem Angriff hier stehen. Das wäre ja echt gemein. Einen Angriff nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Ich brauche etwas zu schließen. Oh ja, ich muss ja stehen. Ich hätte hier gerne ein bisschen mehr Puffer. Hier eigentlich auch. Kann ich das schon reparieren? Ach, ich brauche meine Energie, natürlich. Passt genau rein. Der Schockturm braucht eigentlich 30 Energie. Er braucht noch 39. Okay, ich kann mal jedenfalls da hinten rechts. Die Mühle wird nicht mehr rechtzeitig fertig, schätze ich mal. Ich kann euch nicht genau sagen, wo sie lang gehen, wenn ich ehrlich bin. Die könnten auch hier runterlaufen. Die könnten wirklich hier runterlaufen, wenn wir Pech haben. Okay. Es scheint sie aber nach links zu drücken. Ich glaube, da ist was im Weg. Aber ich kann nicht mehr vertreten. Nein, ich kann euch das nicht sagen. 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 Schön. Du machst das. Du bist ein clevererle. Bleib hier. Hier werden wir auf jeden Fall ein bisschen mehr Verteidigung brauchen. Hm, ich glaube nicht, dass das Ding uns viel bringt. Ja, aber so kann er wenigstens durchlaufen. So, für kurze Zeit wird das schon was bringen, wenn ich hier nicht weiter expandiere, was ich aber eigentlich muss. Von daher, abreißen bringt noch nichts. Kommt, wir brauchen das. Ich muss wissen, wo die kommen. Oh, eine satanische Zahl an Geld, das kann nur ein schlechtes Oben sein. Ich habe noch nie verstanden, warum die 666 eine satanische Zahl ist. Einige werden es bestimmt wissen, ich weiß es nicht. Ich muss etwas töten. Oh, ein Mann, das ist großartig. Okay, sie kommen direkt hier drauf. Hätte ich es nur repariert. Wir haben kein Holz mehr. Das ist jetzt aber ein bisschen schlecht. Das müsste ich schaffen hier. Oh, hier ist aber ganz schön vieler. Ich logge sie mal hier runter ein Stück. Das hier könnte echt schlimm werden. Okay, hier. Oh, wenn das Ding infiziert wird, dann ist es halt so. Ähm. Sehr gut. Na ja. Das wird aber auf jeden Fall halten. Oh, ein Spucker. Schön, wie ich die hasse. Hat das Ding noch Energie? Oh ja, irgendwie schon. Dreckvieh. Sie versuchen, sie in den Arsch zu spüren. Dreckvieh. Abgewehrt haben wir uns. Ganz gut. Die Balliste hat uns vielleicht ein bisschen in den Arsch gerettet. Es ist schon Tag 30. Ich würde echt sagen, wir sollten das Gebiet hier unten langsam holen. Das hier hinten sieht nämlich echt interessant aus und das könnte wirklich was Gutes werden. Ja, sag mir. Wo ist das Ding? Sieht mich aus, als ob das hier zu ist. Dann wäre das ganze Gebiet hier hinten sicher. Vielleicht, nur vielleicht, hätte es was gebracht, wenn ich das Ding repariert hätte. Ich glaube, das hätte wirklich was gebracht. Aber jetzt ist dafür eh zu spät. Ich muss jetzt langsam mal ein Lagerhaus bauen. Das mit der Energie geht mir echt ein bisschen auf den Zeiger. Hier, bauen wir es doch hier da vorne. Das ist bestimmt sicher. Die Balliste steht ein bisschen schlecht. Oder gut. Eine für sich schlecht. Also alles, was ich hier bau, kann ich dann fördern. Oh, ich hasse es. Ich hasse das, wenn das passiert. Also unnötig ist. Kommt auf jeden Fall überall hin. Das Ding eigentlich auch. Ich hätte es nicht gedacht, aber die Zombiedichte ist mir irgendwie zu niedrig. Ich hätte gerne mehr Zombies. Ah, hier unten ist offen. Was kostet denn die Gießerei jetzt? Zu viel Arbeiter und zu viel von allem. Kann ich mir denn mittlerweile... Fällt mir ein, ich muss das Gasthaus mal erfinden. Oh, Moment, ich wollte auch ausmachen. So. Wir machen hier das nächste Mal weiter. Ich sage ciao mit WichtleinTV. Das war Seah Billions für heute. Sind so zwei Folgen immer. Und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bye, Leute. Und dann bis zum nächsten Mal. 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 Und dann bis zum nächsten Mal.